über die freundschaft von matthias claudius dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind in der public domain weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei aufgenommen von rolf kaiser bochum deutschland im märz 2009 von der freundschaft von matthias claudius ich habe dir in der vorigen lektion feindschaft erklärt und wie man dazu gelangen könne und wann ein ehrlicher kerl sie nicht scheuen müsse heute von der freundschaft von der spricht nun einer sie sei überall der andere sie sei nirgends und es steht dahin wer von beiden am ärgsten gelogen hat wenn du paul den peter rühmen hörst so wirst du finden rühmt peter den paul wieder und das heißen sie denn freunde und ist oft zwischen ihnen weiter nichts als dass einer den andern kratzt damit er ihn wieder kratze und sie sich so einander wechselweise zu narren haben denn wie du siehst ist hier wie in vielen andern fällen ein jeder von ihnen nur sein eigener freund und nicht des andern ich pflege solch ding holunderfreundschaften zu nennen wenn du einen holunderzweig ansiehst so sieht er feinstämmig und wohlgegründet aus schneidest du ihn aber ab so ist er inwendig hohl und ist so ein trocken schwammig wesen darin so ganz rein geht's hier freilich selten ab und etwas menschliches pflegt sich wohl mit einzumischen aber das erste gesetz der freundschaft soll doch sein dass einer des andern freund sei und das zweite ist dass du es von herzen seist und gutes und böses mit ihm teilest wie's vorkömmt die delikatesse da man den und jenen gram allein behalten und seines freundes schonen will ist meistens zerrtelei denn eben darum ist er dein freund dass er mit untertrete und es deinen schultern leichter mache drittens lass du deinen freund nicht zweimal bitten aber wenn's not ist und er helfen kann so nimm auch du kein blatt vors maul sondern gehe und fordere frisch heraus als ob's so sein müsste und gar nicht anders sein könne hat dein freund an sich das nicht taugt so mußt du ihm das nicht verhalten und es nicht entschuldigen gegen ihn aber gegen den dritten mann mußt du es verhalten und entschuldigen mache nicht schnell jemand deinen freund ist er es aber einmal so muß er es gegen den dritten mann mit allen seinen fehlern sein etwas sinnlichkeit und parteilichkeit für den freund scheint mit zur freundschaft in dieser welt zu gehören denn wolltest du an ihm nur die wirklich ehr und liebenswürdigen eigenschaften ehren und lieben wofür wärst du denn sein freund das soll ja jeder wildfremde unparteiische mann tun nein du musst deinen freund mit allem was an ihm ist in deinen arm und in deinen schutz nehmen das granum salis versteht sich von selbst und das aus einem edlen kein unedles werden müsse es gibt eine körperliche freundschaft nach der werden auch zwei pferde die eine zeitlang beisammen stehen freunde und können eins des andern nicht entbehren es gibt auch sonst noch mancherlei arten und veranlassungen aber eigentliche freundschaft kann nicht sein ohne einigung und wo die ist da macht sie sich gern und von selbst so sind leute die zusammen schiffbruch leiden und die an eine wüste insel geworfen werden freunde nämlich das gleiche gefühl der not in ihnen allen die gleiche hoffnung und der eine wunsch nach hülfe einigte sie und das bleibt oft ihr ganzes leben hindurch einerlei gefühl einerlei wunsch einerlei hoffnung einigt und je inniger und edler dies gefühl dieser wunsch und diese hoffnung sind desto inniger und edler ist auch die freundschaft die daraus wird aber denkst du auf diese weise sollten ja alle menschen auf erden die innigsten freunde sein freilich wohl und es ist meine schuld nicht daß sie es nicht sind post script es gibt einige freundschaften die im himmel beschlossen sind und auf erden vollzogen werden ende von von der freundschaft